Herzlich willkommen zum SFOPlay Nationalteams Special vom Euromonat Juni. An einem Monat, in dem es in der Schweiz wahrscheinlich um die 8 Millionen Nationaltrainer gibt. Wir haben diesen einen Nationaltrainer noch vor der Euro an einem zugegeben, nicht ganz typischen Tag begleitet. Wladimir Petkovic, vielleicht magst du dich noch erinnern, als du hier vor ein paar Tagen im Hotel Villa Sassa einen ganzen Tag medienarbeit geleistet hast, muss man schon fast sagen, von morgen früh bis abends spät. Es war ein Piacere, denn wir haben alles gesprochen, wir haben ein bisschen geleistet und wir haben gegessen, mit einem guten Zeitpunkt zu denken, hier in Ticino. Wir haben angefangen zu entwickeln einen positiven Ambienten, in dem ich hoffe, dass wir diesen Schritt halten und dass wir in Richtung Francia weitergehen können. Wir müssen ein bisschen enthousiasme und positivität in der Schweiz, damit wir in der Schweiz auch die Möglichkeit haben, in der Schweiz mit uns zu bringen und da sein produktiv. Du sprichst Italienisch, du sprichst Deutsch. Hier im Bild ist ein Interview von TSR, wo die Fragen auf Französisch gestellt werden und du antwortest auf Italienisch. Das ist zum einen nicht einfach, das ist nicht selbstverständlich. Sehr interessant, aber unterscheiden sich die Medien von Deutschschweize, Französischen, Italienischen Schweiz? Nein, ich hoffe, wie ich schon gesagt habe, dass man sich empfiegt, dass jemand versuchen, zu antworten in verschiedenen Sprachen zu antworten. Und das ist toll, dass in der Schweiz drei oder vier Sprachen zu antworten. Und die Sprache von einer oder der anderen kann man nur erreichen. Du hast es vorhin angesprochen, es gab vom Fachgespräch mit Sportjournalisten bis zum Fotoshooting mit Ihrer Frau alles. Wie war das zum Ende des Tages noch? Ja, es war sympathisch, es war ein bisschen anders als normal. Es war mehr in der privaten Bereich. Aber auch ohne zu viel in der privaten Welt, in der Welt der Familie, in der Welt der Familie, man kann auch ein paar Fotos in ein bisschen diverses Umständen geben, das auch in der anderen Menschen in Schwierigkeiten geben kann. Was sagt Ihre Frau zum Nationaltrainer, Wladimir Petkovic? Nein, nichts. Ich bin schon immer überein. Ich bin schon mit Wladimir, ein giocator, 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 ein giocator. Und ich prosegue diese Aventur mit viel Spaß für mich und auch für meine Familie.